Moin Steven. Moin. Die ganze Woche war bestes Wetter in Kiel. Mit dem Auswärtssieg im Rücken muss die Stimmung im Training ja eigentlich sehr gut gewesen sein, oder? Absolut. Jeder ist erleichtert über den Sieg, aber auch schon voller Vorfreude, weil wir jetzt gegen Braunschweig den ersten Heimsieg endlich holen wollen. Vor dem Magdeburg-Spiel sah es mit der Stimmung ja noch etwas anders aus. Da war die eine oder andere kritische Stimme auch mal zu hören. Jetzt mit fünf Punkten nach drei Spielen sieht es schon ein bisschen anders aus, wenn wir das Pokal aus klammern, kann man eigentlich von einem ganz gelungenen Saisonstart reden, oder? Bis jetzt war er, denke ich, passabel, aber ich will, dass wir nach dem Samstag sagen können, dass es ein guter Saisonstart war. Schon verrückt, wie sich die Stimmung manchmal so innerhalb von einer Woche drehen kann, oder? Absolut, aber da sieht man, dass Fußball ein Ergebnissport ist und extrem abhängig ist, aber was man auch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung alles erreichen kann. In Magdeburg hast du dann ja von Anfang an gespielt, hast du auch einen Elfmeter rausgeholt. Kannst du die Szene nochmal aus deiner Sicht beschreiben und wie du das Spiel generell so wahrgenommen hast? Ich denke, generell waren wir extrem griffig, vor einem gegen den Ball. Mit dem Ball hatten wir trotzdem viele Chancen, die wir aber nicht gut zu Ende gespielt haben. Dann hätte es vielleicht noch höher ausgehen können oder sogar müssen. Und die Szene zum Elfmeter war für mich so, dass wir den Ball tief gespielt haben und Benni ihn unfreiwillig oder auch nicht durchgelassen hat, sondern war es für mich ein reines Laufduell, wo ich den Kontakt natürlich auch gerne annehme. Jetzt steht Braunschweig vor der Brust, die haben noch nicht punkten können, haben aber härter aus dem Pokal geworfen. Was erwartest du da für einen Gegner? Ja, einen, der unbedingt gewinnen will. Wir haben noch kein Tor, keinen Punkt. Ich glaube, das wollen sie unbedingt ändern. Aber wir tun alles dafür, dass es zumindest bei keinem Punkt bleibt. Braunschweig ist ja jetzt auch schon der dritte Aufsteiger in Folge, der euch in der Liga bevorsteht. Jetzt langsam müsstet ihr eigentlich Experte sein. Ja gut, alle Mannschaften haben eine gewisse Euphorie, vor allem nach dem Sommer. Natürlich auch die Mannschaften, die aufgestiegen sind, aber ich bin guter Dinge, dass wir denen die Luft nehmen können. Am Samstag sind 30 Grad vorhergesagt. Hast du die Sonnencreme schon eingepackt? Ja, mir wurde gesagt, Kiel ist nicht immer so heiß. Jetzt erlebe ich ein Stück weit das Gegenteil, aber umso schöner wäre es, wenn wir bei einem guten Wetter und einer guten Atmosphäre den Dreier holen können. Wir lassen unsere Spieler noch einmal sich eine Schlagzeile ausdenken. Welche würdest du nach dem Samstag am liebsten in der Zeitung sehen? Kiel gelingt der erste Heimsieg. Das wünschen wir uns auch. Vielen Dank, Steve. Danke.